Hallihallo und herzlich Willkommen zu einem neuen Sprung-Rätsel-Guide von Ecclesion. Heute machen wir das Sprung-Rätsel Gems Labor, das sich in der Provinz Metrica befindet, wie ihr hier sehen könnt, und zwar im Coatel Morast. Dafür müssen wir wirklich die Wegmarke Coatel nutzen und dann folgenden hier aufgezeigten Weg einfach nehmen. Ihr müsst dieser östlichen Bergwand entlang gehen, bis ihr dann so ein riesiges Gestripp findet da rein und dann könnt ihr euch auf den Weg machen. Wie ihr jetzt ab Sekunde 30 gesehen habt, habt ihr hier oben verschiedenste Links anzuklicken, zumindest wenn ihr nicht auf einem Handy zuseht, sondern auf dem WC. Das Ganze sollte bis zur 1 Minuten Marke halten. Ihr könnt somit einfach das Sprung-Rätsel ein bisschen abkürzen oder wenn ihr bestimmte Stellen habt, wo ihr nicht weiterkommt oder Bereiche, dann könnt ihr diese hier halt anklicken. Weil man kann sagen, das Sprung-Rätsel ist in 4 Teile unterteilt. Windstation, Sturmstation, Froststation und Gems Labor. Und es ist nicht ganz so leicht. Es kann ein bisschen verwirrend sein am Anfang für Leute, die es noch nicht gemacht haben oder nie gemacht haben. Und man muss nicht wirklich schnell machen. Man hat wirklich viel Zeit und ihr solltet auch euch diese Zeit gönnen, wenn ihr sie braucht. Auch hier sehr typisch kleine Teile, die man anspringen muss. Die werdet ihr auch häufiger in diesem Sprung-Rätsel sehen. Es gibt auch einige Alternativwege, die werde ich euch auch einigermaßen aufzeigen. Und es gibt diese kleine Golems, die euch auch behilflich sein werden, falls ihr mal einen Fehler machen solltet. Wir fangen hier an mit der Windstation. Die Windstation ist das erste Gebiet, wo man halt rein muss. Und so ziemlich jedes dieser Stationchen, die wir hier aufsuchen können, diese Stationen, haben die gleichen Regeln. Wenn wir zum Beispiel runterfallen würden, dann würden wir hochteleportiert werden oder nicht hochteleportiert werden, sondern rausteleportiert werden, soll ich besser sagen. Und von dort aus können wir einfach neu beginnen. Wenn wir eine Station geschafft haben, dann kann uns auch der Golem zur letztgeschafften Station direkt hinbringen. Was wir unbedingt auch machen müssen, nicht hier links weiter, sondern wirklich hier runter springen, denn eigentlich wird es links dort oben weitergehen. Aber wir müssen uns eine Einstimmung holen, so einen Blitz-Buff, der uns durch das Portal lässt. Wenn wir das nicht haben, dann werden wir wieder am Anfang von dieser Station geschickt und das ist nicht so toll. Die Windstation selber ist eigentlich auch recht kurz. Wir haben auch häufiger so Verteidiger von diesen Einstimmungsgeräten, die einfach umkloppen und dann könnt ihr euch einstimmen lassen. Die Einstimmung, die hält 20 Minuten oder bis zu eurem Tod. Wenn ihr aber runterfällt, dann zählt das nicht wirklich als Tod, sondern ihr werdet gerettet und ihr habt immer noch den Buff. Wenn ihr den Buff verlieren solltet, müsst ihr euch ihn wiederholen, bevor ihr wirklich eine Station abschließen könnt. Und ihr werdet das in Kürze auch sehen. Die Windstation, die ist eigentlich namensgebend für dieses Gebiet, denn ihr seht hier leichte Winde, die uns einfach umhauen können von diesen Ranken. Da gibt es dann auch zwei Methoden, aber zuerst seht mal hier, wir können den Golem anlabern und er sagt einfach, er kann uns zur Windstation bringen, wenn wir das wollen und wir wollen das. Aber wie gesagt, es gibt halt zwei Optionen, die ihr hier wählen könnt bei diesen Ranken, bei diesem Wind. Entweder ihr passt auf, wie der Wind halt so reinkommt, wie die Intervalle sind und wie lange sie anhalten. Nutzt vielleicht auch noch einen Geschwindigkeits-Buff, was halt sehr klug wäre, wenn ihr so einen mit habt. Also eine Fähigkeit, die eure Laufgeschwindigkeit erhöht oder einfach ein Gegenstand, der das macht. Ein Nahrungsmittel. Und dann könnt ihr rüberlaufen, ohne viel Stress zu haben. Oder, was noch besser wäre, ihr bufft euch selber Stabilität, denn dann kann euch der Wind nicht umboxen. Das wäre irgendwie so ein bisschen die Schummel-Variante. Ich zeige euch hier die normale Variante mit vielleicht einem kleinen Speed-Buff. Außerdem haben wir hier den Gegner, den können wir einfach locker umhauen und sobald der dann tot umfällt, kaum fall tot um, oder er bleibt einfach dann hängen, dann können wir eigentlich weiter. Wie auch schon immer hier Fackeln, die weisen euch den Weg, wo es eigentlich weitergeht. Und außerdem muss ich auch noch dazu sagen, dass ihr zusehen solltet, dass ihr nicht in den Kampf gerät. Denn dann springt er kürzer und nicht zu weit, weil ihr halt langsamer seid, wenn ihr im Kampf seid. Und ihr solltet zusehen, dass ihr halt Speed-Buffs mit habt, wenn ihr weiter springen wollt. Ihr müsst aber aufpassen, wenn ihr es nicht gewohnt seid, zu weit zu springen, dann könnte ein Speed-Buffs vielleicht ein bisschen nachteilig sogar sein. Hier gibt es einen Bug, wie wir sehen können. Wir waren eingestimmt. Ihr habt es sehen können. Und man hat uns trotzdem nicht weitergelassen. Falls das passieren sollte, könnt ihr einfach runterspringen in den Tod, wobei ihr sterbt ja nicht. Hier habe ich ja gesagt vorhin. Und dann geht ihr einfach zum Golem und sagt, er soll euch zur nächsten Station teleportieren und dann passt das. Die Sturmstation hier ist auch sehr nett, sehr verwirrend. Kann die auch sein am Anfang. Die Blitze, die waren früher irgendwie viel gefährlicher. Jetzt nicht mehr so sehr. Sie machen irgendwie weniger Schaden, finde ich. Und sie verlangsamen einen auch nicht zu sehr. Oder die Sprungdistanz wurde kleiner. Hier solltet ihr aber trotzdem zusehen bei dem Sprung, dass ihr außerhalb des Kampfes kommt. Oder dass ihr wirklich einen Speed-Buff habt. Und das Komplexe jetzt an diesem Teil des Sprunggeräts, an der Sturmstation ist, dass man normalerweise immer geradeaus geht. Wir müssen aber wieder nach rechts runter. Weil hier unten haben wir dann wieder ein Einstimmungsgerät. Wenn wir das nicht haben, dann wie gesagt, wir würden durch das Portal durchgehen. Das ist ein bisschen schwerer zu erreichen ist als das erste und würden wieder am Anfang sein von der Sturmstation. Und das ist nicht so gut. Was ich sonst noch anmerken kann, diese Station, das werdet ihr dann auch noch sehen, hat sogar eine Abkürzung. Ja, eine Abkürzung, wie ihr euch das viel, viel leichter macht, sobald ihr hier die leichte Aufgabe der Einstimmung erledigt habt. Denn von hier unten, also wieder bei der Wurzel, wo wir uns für rechts entschieden haben, entscheiden wir uns für geradeaus und springen hier auf diese Wurzeln und Steine. Hier wieder aufpassen, ihr habt Wind. Wie vorhin erwähnt, ihr könnt Stabilität nutzen, damit ihr den Wind ignorieren könnt. Und dann habt ihr hier noch Plattformen mit Blitzen. Seht zu, dass ihr eher links euch hält, dann sind die Sprünge viel kürzer und ihr solltet die schaffen. Das wäre jetzt die normale Methode, hierher zu kommen, nachdem man sich eingestimmt hat. Es gibt aber eine Abkürzung, falls ihr es halt nicht schafft, das zuzumachen. Und zwar vom Anfang von der Sturmstation, aber ihr müsst die Einstimmung haben. Holt ihr euch einen oder nutzt einen Speedbuff und springt da rüber. Und sobald ihr hier drüben seid, einfach hier runter springen. Und ihr habt es geschafft, ohne über Wurzeln euch außerdem noch über Blitze und Wind Sorgen machen zu müssen. Also ziemlich easy und zeitsparend, falls ihr Probleme mit der Stelle habt. Die nächste Station ist die Froststation. Hier auch namensgebend Frostattacken. Und zwar werdet ihr das gleich sehr schön sehen können, wie gemein das sein kann, wenn man nicht das gesehen hat, dass hier Frost ist. Und zwar werden wir verlangsamt. Und dann fallen wir runter. Hier könnt ihr euch aber Zeit lassen. Ihr könnt, sobald diese Frost-Aura oder dieser Froststurm verschwunden ist, könnt ihr einen Speedbuff nutzen, damit ihr das entfernt. Oder andere Fähigkeiten, die einfach Frost entfernen. Oder ihr wartet ein bisschen. Ihr könnt auch bei jedem Sprung einfach kurz warten und könnt jede Plattform einzeln machen. Hier wieder so ein kleines Windchen. Das haben wir einfach abgewartet und sind rüber gesprungen. Und dann kommt hier wieder eine besondere Stelle. Eine ganz besondere Stelle. Zwar hier könnt ihr entweder dann, wenn ihr hier rüber gesprungen seid, man kann es auch ein bisschen hier sehen, nach unten irgendwie auf diese kleine Plattform kommen. Oder ihr nehmt den normalen Weg links nach oben. Das wäre, wie gesagt, der normale Weg. Aber er führt nicht zur Einstimmung. Sondern ihr müsst wirklich hier her springen und dann euch umdrehen. Und... War das mein Pet? Mein Mini? Na komisch. Und auf diese kleinen Steinchen, auf die Wurzel, wieder auf ein kleines Steinchen und dann rüber springen. Damit ihr dann auf dem richtigen Weg seid zur Einstimmung. Hier besonders wichtig wäre auch wieder, dass ihr Stabilität mit habt. Falls ihr sonst nicht sehr schnell unterwegs seid oder... Wie soll ich sagen? Wenn ihr vielleicht ein bisschen tollpatschiger seid. Denn mit Stabilität könnt ihr euch auf jeden Fall das ein bisschen leichter machen. Und zwar sobald wir an ein Frost-Elementar kommen. Weil diese können einen wegstupsen und können einen damit halt den Fortschritt versauen. Weil dann wären wir wieder am Anfang von der Frost-Station. Das wollen wir nicht. Außerdem müsst ihr aufpassen, ich hatte hier ein bisschen Glück. Er kann euch wie gesagt wegstoßen und er hat mich zum Glück nicht durchs Portal durchgestoßen. Weil sonst hätte ich die Stelle komplett wieder machen müssen. Und vor allem der Anfang mit diesem Schnee-Frost-Effekt bei den Felsen, der kann ungefähr eine Minute dauern oder so. Und das ist ja unnötig, dass wir eine Minute verlieren deswegen. Das Sprung-Rätsel insgesamt sollte, wenn ihr euch auskennt, einigermaßen so 10 Minuten dauern. Wenn nicht, dann wahrscheinlich eher 20 bis 30 Minuten. Je nachdem, wie ihr halt drauf seid. Hier wird es eigentlich weitergehen, aber ich zeige euch hier noch eine Alternative. Und zwar, wie vorhin gesagt, wenn wir dann, wenn wir hier rüberspringen, nicht uns umdrehen und zu den kleinen Felsen rüberspringen, sondern einfach hier weitergehen, dann seht ihr, wir sind wieder auf der gleichen Stelle. Also falls ihr hier bei diesem weiteren, viel längeren Frostpfad Probleme haben solltet, aber die Einstimmung schon habt, dann wisst ihr jetzt auf jeden Fall, wie ihr hier weiterkommen könnt. Ihr müsst nicht unbedingt den Einstimmungsweg nochmals nehmen. um dort oben aufzutauchen, wo wir halt nach der Einstimmung rausgekommen sind. Weil diese Teleporter, die wollen einem den Weg verkürzen und hauen einen ungefähr bei der Hälfte der Station wieder raus. Gut, dann hätten wir die Froststation eigentlich wieder geschafft und wieder einen Bug. Eigentlich haben wir sie jetzt zum ersten Mal geschafft, aber wir haben den Bug wieder, deswegen wieder. Und nachdem ihr das geschafft habt, seid ihr dann in Gems Labor. Ihr seht, dass der Rest des Sprungrätsels eigentlich weiter unten eigentlich noch so stattfindet und da ist. Und Gems Labor ist wirklich ganz, ganz weit oben. Wir treffen auch auf den lieben Göm dann, der natürlich ein Asura ist, denn das ist ein Asura Labor. Und da ist er. Und ihn einfach umhauen. Wenn ihr in den Effekten drin stehen bleibt, dann kriegt ihr halt sicher viel Schaden. Ihr müsst nicht unbedingt stehen bleiben wie ich. Das ist ein arme Kerlchen. Wir können ihn looten. Wir können dann auch noch eine Truhe looten. Und wir haben hier auch ein Event abgeschlossen. Rein theoretisch könnte man ihn auch farmen, wenn man das denn wirklich machen will, wenn man zu faul ist, Events zu suchen. Aber unnötig. Wirklich unnötig. Hier ist die Truhe und eigentlich wären wir damit auch fertig. Ja, ganz so schwer ist es nicht. Es ist halt nur ein bisschen zeitintensiver und man muss auch sehr viel probieren und gucken und in Erfahrung bringen. Hier seht ihr auch wieder der Golem. Der kann uns überall hin teleportieren, wenn wir eine Station wieder aufsuchen wollen. Oder wir können einfach durch dieses Portal durch. Ich werde hier mal durchgehen, damit die, die Interesse haben, sehen können, was hinter dem Portal ist und wo wir uns eigentlich befinden. Da ist jetzt das Sprungrätsel. Und wir sind ja eigentlich viel weiter im Süden dann reingegangen. Was auch interessant ist, wie weit weg das doch ist. Es ist nicht allzu weit weg, aber die Position ist schon recht interessant. Und ich ping da hin. Also da ungefähr sollten wir anfangen mit dem Sprungrätsel. Und sobald wir durch das Portal durchgegangen sind, dann werdet ihr sehen, wo wir eigentlich rauskommen. Was wieder woanders ist. Das ist auch krass. Das ist genau gegenüber vom Eingang, könnte man sagen. Und ja, das war es eigentlich auch schon. Falls ihr Fragen habt zu dem Sprungrätsel, dann könnt ihr das schreiben. Genauso wie eure eigenen Erfahrungen. Und sonst wünsche ich euch noch eine schöne, 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 schöne Woche. Und wir sehen uns hoffentlich beim nächsten Mal in Guild Wars 2. Ja, was glaubst du, wieso sie so selten antworten? Weil du einfach total unfreundlich bist und überhaupt keinen Sinn für Gastfreundschaft hast. Jetzt einigermaßen ein Eindruck vom Sounddesign gekriegt. Sehr Zelda-lastisch. Sehr schön ist. In einem auch Nostalgieweck. Ich glaub ich soll Pate töten. Der ist ein Fan von Creighton. Ich bin nicht wirklich ein Fan von Creighton. Äh, ja von Creighton.